Gute Arbeit! Nun haben wir eine weitere Chance, zu zeigen, was wir können. Aber diesmal mit E-Mail. So, Servus und herzlich willkommen zur dritten Episode von X-Wing Alliance. Als erstes wollen wir doch mal ganz kurz einen Blick in unsere Statistik werfen. Wir haben ein bisschen Fortschritte gemacht. So, gesamt in der Simulator-Statistik war es ganz nett. Und wir haben mit Sicherheit ein paar E-Mails. Also, muss ich die vorlesen? Wollt ihr die vorgelesen haben? Keine Ahnung. Oligan hat uns geschrieben. Der Freund meiner Schwester hier sozusagen. Schlüssel zur Station habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Haben wir jetzt als ersten Einrichtungsgegenstand gekriegt. Am Ende der ganzen Geschichte hier wird diese Kabine vollgestopft sein mit Erinnerungsstücken aller Art. Davon sind einige sogar sehr schön, muss ich sagen. Aber, naja. So, dann schauen wir doch mal. In Ordnung, Kleiner. Dank dem Zufall, dass ihr die Auseinandersetzung mit den Viraxo überstanden habt. Onkel Anthem möchte, dass ich dir beibringe, wie man sich in solchen Situationen am besten verhält. Deine Instinkte haben dich bei der Harlekin-Station glücklicherweise nicht im Stich gelassen. Offensichtlich hast du bei den Spielchen im Simulator doch einiges gelernt. Aber ab jetzt ist es kein Spiel mehr und du kannst dich nicht nur auf deine Instinkte und Simulatorerfahrungen verlassen. Ich glaube, das Wichtigste, was du dir merken musst, ist, dass der YT-1300 kein Raumjäger ist. Für einen Transporter ist er zwar schnell, leicht und manövrierfähig, doch solltest du hoffen, dass du mit ihm niemals auf TIE-Fighter triffst. Das Beste ist immer noch, Ärger zu vermeiden, anstatt den Kampf zu suchen. Zuerst wirst du ein paar simple Zielübungen machen und anschließend werden wir durch ein altes Trümmerfeld fliegen. Es wird einfacher sein, als Minox von einem Energiekabel zu schießen. Außerdem habe ich ein paar Drohnen programmiert, damit sie für ein wenig Unterhaltung sorgen. Wir fliegen wieder die Sabra mit mir als Piloten und Ihnen als Bordschützen. Imen fliegt die Andrasta, sein modifiziertes Patrouillenschiff der Core Systems Engineering Firespray-Klasse. Drohnen werden Ihnen helfen, sie mit den Ziel- und Sensorsystemen und den anderen Anzeigen vertraut zu machen. Sobald Sie fertig sind, wird Sie Imen zum Trümmerfeld bringen, wo Sie Ihre Schießübungen machen können. Das wird großartig. Ja, bestimmt. Das ist halt hier auch so ein typischer Fall, wo wir halt letztlich das Training quasi geliefert kriegen. Auf geht's. Musik hängt. So, auf geht's. Okay, MK. Versuche auf dem Weg hier raus nichts zu berühren. Sir, mein Rekord ist immer noch ungeschlagen. Das weiß ich doch. Ich ärgere dich nur ein wenig. Ich hoffe, du wirst den Flug im Geschützturm genießen, Kleiner. Bestimmt. Ehrlich gesagt, wir haben immer noch die hängende Musik im Hintergrund. Das ist ja furchtbar. Okay, okay. Bringt das Bild genau über der Rendezvous-Bouje in Position. Imen wird ein paar Drohnen aussetzen, während er die Details erklärt. Oh Mann, das mit der Musik ist jetzt tatsächlich... Das tut mir leid, Leute. Visiere die Drohne an und beobachte dann das CMD und die Sensor-Anzeigen. Das CMD zeigt alle wichtigen Ziel-Daten an. Die Sensor-Anzeigen erlauben es dir, alle Objekte, die sich in der Nähe befinden, ausfittig zu machen. Denk dran, der eingeklammerte Punkt stellt dein Ziel dar. Sehr eindrucksvoll. Die Farben unterscheiden Freunde von Feinden sowie Neutrale von Unbekannten. Sie haben einen Verlust getroffen. Kleiner sind die Familienmitglieder und blau die Neutralen. Vermutlich freundlich. Brechen Sie den Angriff ab oder sie werden gefeuert. Die Schiffe des Imperiums sind rot und die der Rebellen grün. Angreifende oder unbekannte Schiffe, die vermutlich feindlich sind, sind goldfarbig markiert. Was würdest du sagen, wenn wir sofort mit den Schießübungen beginnen? Los, schießen Sie auf alle Drohnen. Den hat zerrissen. Ich finde das erstaunlich schwierig mit dem Joystick. Na? Leider ist die Musik nach wie vor furchtbar. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht auch hier Flying Through the Air darüber spiele. Ähnlich wie bei X-Wing vs. TIE Fighter. Es bietet sich halt irgendwie an. So. Zu spät. Blöd. Zweifellos, du hast den Dreh raus. Schieß auf alles in Sichtweite. Sehre, dass die am nächsten gelegene Schrottteil an und zerstöre es. Ich bin gerade am nächsten gelegene Aulder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das reicht für den Anpacken. Ich kann dir ja zeigen, wie das geht. Ich kann dir ja sagen, wie das geht. Du brauchst deinen Feind übrigens beim Schrottsammeln nicht beleidigen. Hey, lass uns feiern. Ich spendiere dir einen Trink in Donares Casino. Donares Casino? Dieser Platz hat einen schillernden Ruf. Ich kann dir ja sagen, wie das geht. Das geht ja schon besser. Was man sonst immer über diese Y-Taste erst herausfinden musste und so. Das ist schon ganz cool, wenn das also direkt angezeigt wird, weil man so ein bisschen Ahnung hat, was macht der gerade. Das hilft einem, finde ich, sehr dabei, ja quasi ein bisschen den Überblick zu behalten. Servus. Servus. Hey, kommt uns dieser Pursuer nicht bekannt vor? Ja, das Schiff haben wir von der Harlekin-Station verjagt. Genau, und die haben auf dich geschossen, stimmt's? Den zeigen wir, was wir davon halten. Tja, wir haben ja auch gerade einen Wächter von dort umgelegt, der offen gestanden wahrscheinlich nur versucht hat, die Raumstation zu verteidigen. War ja auch ein bisschen daneben. Und da springen wir wieder. In Ordnung. Das war doch gar nicht so schwer. Ich glaube, du wirst da draußen gar nicht so hilflos sein. Das ist ja schön für uns alle. Zum Beispiel werde ich das ganz toll finden mit dem... Kann ich leider nicht einstellen. Schade. Wäre lustig gewesen. Bonus 100-Slave-1 identifiziert. Hä? Boba Fett war da? Diese Musik hältst du doch im Kopf nicht aus. Gar nicht so schlecht. Du hast bewiesen, dass du gut mit der Kanone der guten alten YT-1300 umgehen kannst. Ich glaube, wir können dir jetzt auch mal ein paar riskantere Jobs anvertrauen. Du könntest uns das nächste Mal nützlich sein, wenn es darum geht, ein paar Piraten daran zu hindern, sich auf eines unserer Schiffe zu stürzen. Dieses wehrvolle Geschenk stammt von ihrer letzten Mission. Genau, es gibt noch hier einen Gutschein, mit dem verspricht uns unser Freund hier... So... Ist irgendwie niedlich, oder? Hört sich so an, dass wir Aaron dort möglichst schnell raushelfen sollten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir werden jetzt... Ich werde das jetzt noch mal kurz abbrechen, einfach in der Hoffnung, dass ich beim nächsten Neustart die Musik irgendwie wieder in den Griff kriege. Das ist ja furchtbar. Bis dahin macht es gut. Servus und auf Wiederschauen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das Schiff sieht fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord! Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Vielen Dank.